Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GTA Online. Da das beim letzten Mal ja so fantastisch geklappt hat, das Casino auszunehmen, versuchen wir es heute noch einmal. Viel Spaß dabei. Casino-Überfall-Riesenschwindel, meine Freunde. Wir suchen das Einwuchsoutfit, wir machen wieder Bugstar, oder? Oder sollen wir diesmal die anderen nehmen? Bugstars. Bugstar, ne? Finde ich auch. Ach du Scheiße. Ich habe neue Masken besorgt, by the way. Ich nehme den Kossi-Bossi. Das ist mein Tra-la-la. Ja, ich habe jetzt eine Mütze noch auf. Ich möchte fahren. Ja, Luca. Stark. Ich kann einfach reinspringen, aber ich merke jetzt nicht. So, Keramikpistole, ist auf jeden Fall am Start. Tränengas auch. Hallo? Die Scheibe ist kaputt, tut mir leid. Die Scheibe ist kaputt, jemand hat sich zerbrochen. Ja, wir schauen mal, ob wir das heute hinkriegen, das Casino hops zu nehmen als Riesenschwindel. Ich meine, wir sind ja Profis. Als Riesenschwindel? Ja, so heißt das. Ich glaube, wir sind Kammerjäger. Wir sind ja eigentlich keine Kammerjäger. Ich weiß nicht, ob du fühlst dich wahrscheinlich schon so in deiner Rolle. Ich bin Kammerjäger, ich bin Kammerjäger, ich bin Kammerjäger. Moin, Leute! Ist das einfach durchlaufen oder was? So weit können wir auf jeden Fall erstmal durchlaufen. Wir können erstmal ein ganzes Stück durchlaufen. Die wissen ja, wir sind Kammerjäger, ist alles cool. Alles gut, nicht ausrüsten. Hallo, grüßt euch. Am besten einfach jedem Typ muss schlagen. Das ist das hier. Da hat einer geschossen. Da hat einer geschossen. Du hast doch einfach voll getötet. Wer hat da geschossen? Der Fink-Flex ist gegen ihn gelaufen. Ja, der hat ja geschossen einfach direkt. Ja, aber der juckt ja keiner. Wir sind ja jetzt nicht aufgeflossen. Nee, entscheidend nicht. Schaben bekommen, Felix? Nö. Also ich habe meine Panzer nicht mehr ganz voll. Ich habe auch einen dicken Bluterguss auf dem Rücken. Ja, du. Tatsache. Ich habe die Kugel für dich abgefangen, Felix. And we are inside. Wir sind drin, Jungs. Mit Pistol oder mit Pistol? Ja, aber die hat keinen Schalldämpfer. Wie? Sneak ich? Ich kann nicht sneaken. Steuere. Ich meine, wir sind ja Profis. Ach, Anlaki. Okay, Leute. Der versucht zählt. Hä? Hä? Mhm. Mhm. Hä? Mhm. Scheiße. Jungs, tut mir leid. Oh. Oh material 혹시? Eowa ist dir. Oh. summar 중 Oh man. 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 Rush-Spiel, Leute, Rush-Spiel Ja, erst clean, ist dumm, erst verdreckt reinrushen Auf drei So, und raus mit den Bear-Machines Es kommt doch gar keiner, ich bin ganz entspannt Lass dir Zeit Ja, ich warte, und ich warte, und ich warte Du, aufhämmern geht nicht Ja doch, immer auf die Scharniere da drauf Fix, Vollgas und langsam Ein Mann und ein Bohrer Ah, fertig? Nein, okay, komm auf da, Ding, ach, wir sind reich Was nehmen wir jetzt hier mit? Geld, Geld, zugreifen, Jungs Mach die Tasche voll Meine Villa bezahlt sich nicht von alleine Ja, eben Oh, ich klicke so schön ich kann Komm schon Bei 10 müssen wir raus, bei 10 müssen wir raus Das ist gar nichts Ich hab's gerade die Türen aufgeschafft Das war mitnehmen noch Sterben wir dann? Ja Okay, scheiße, raus hier Mann, ich hab grad die Türen aufgemacht Da spiel ich dir doch glatt ne traurige Weise Auf der kleinsten Violine der Welt Wo willst du raus? Aber wo reingekommen sind? Oh, lol, Gas Ich hab nur eine Million Bolt jetzt und eigentlich zwei Millionen oder so Ja 1,5 Auf jeden Fall zu wenig Ja, dann müssen wir das Ganze rauskommen Ja, wir haben alle ne Keramikpistole, ist alles gut Vorsicht Ja, wir haben alle ne Keramikpistole, ist alles gut Ah 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 Sehr gut. Aufzug, oder? Ja, Aufzug. Alle rein, alle rein. Brennende Olga. Sehr gut. Ach du Scheiß, das Schadel niemals. Oh no. Oh no. Das wird niemals was. Was ist das, sagt er? Oh Gott, da werden ganz viele. Einfach durchrollen. Aufzug. 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 Untertitelung. BR 2018 Und raus hier. Und einfach rausgehen. Ist ja nichts los hier, ne? Oh lol. Oh, ist noch eine Blackjack, Tobi? Aber die sterben einfach nicht. Doch, ein Schuss auf den Kopf. Die haben keine Helme auf. Die haben den kleinsten Schädel überhaupt eingestellt hier, Alter. Ja, bekommt mal größte Köpfe, Alter. Gehen wir nach Tschernobyl, wenn ich mal eine Mutation. Ja, easy. Können wir den Wagen nehmen? Haupteingang, aber ich dachte, wir hauen über die Müllentsorgung ab. Ja, aber Haupteingang ist ja ultra bad, ne? Das war eigentlich auch nicht der Plan, dachte ich. Das ist unser Wagen? Nein. Schade. Alter, wie kommen wir denn jetzt hier weg? Wir laufen halt, ne? Hier lang. Aber wir müssen doch da hinten zu unseren Autos. Die sind da hinten markiert. Ja, aber der muss erst mal hinkommen, Alter. Ja. Und die Beine in der Hand. Und los geht's. Im Match und du arbeitest bei der Polizei. Und dann kommen so Leute mit so Emoji-Masten. Und du hast einfach dann so einen Schaden gegen Emojis und kannst nie wieder Emojis benutzen. Ja. Das sieht gut aus. Wir gehen hier vorne in die Seitengasse. Und dann laufen wir. Was das Zeug hält. Von der Seite kommt von mir jetzt normale Polizei. Oh, oh lol, oh lol, oh lol, Luca. Oh, scheiße. Ich dachte, wir kommen hier rum. Scheiße, jetzt kommt die Hubschrauber. Ja, jetzt renn einfach direkt rechts. Renn direkt rechts. Probieren wir aus. Ja, steck in den ersten ein. Finde ich schnell. Wir sind nicht gepanzert, ja, ne? Ja, ich hoffe. Recht fahren. Auf fast eine Million haben wir gesaved, Jungs. Ganz, ganz knapp. Fahr mal zusammen mit dem, oder was? Ja, ja, ja. Ich darf von Cops nicht alarmiert werden, dieses Fahrzeug steht hier. Fahrt jetzt rechts. In den Tunnel. Folgt den Schienen. Okay, sehr gut. Wir sind die Cops los. Und raus hier! Da war ein Auto. To, der hat's gleich mal mehr auf uns. Moin. Da macht das Fruit-Logo bei mir drauf. Ja, der gleiche Käufer, ne? Der nimmt gerne die Kohle aus dem Casino. Wahrscheinlich. Good Job. Vielen Dank fürs Zusehen. Beim nächsten Mal nehmen wir das Casino dann auf eine ganz andere Art aus. Schaltet auch da wieder ein. Und bis dahin. Ciao, ciao.